Es gibt unterschiedliche Prioritäten im Leben. Viele richten ihren Fokus nach ihren Interessen und Neigungen aus. Man könnte womöglich sogar sagen, dass die Mehrheit der Menschen sich selbst für das Wichtigste auf der Welt halten. Aus dieser Denkweise geht ein Lebensstil hervor, der sich an den Wünschen und Begierden des Menschen orientiert. Gut und schlecht sind demnach das, was die Menschen für nützlich oder schädlich halten. Wenn wir das Leben betrachten, sehen wir, dass die meisten Menschen vor sich hin leben. Sie verrichten Handlungen, ohne damit zu rechnen, dass es irgendwann einen Tag geben wird, an dem sie die Quittung für ihre Handlungen bekommen werden. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Die Uhr des Lebens wird nur einmal aufgezogen. Kein Mensch weiß, wann der Zeiger ruhen wird. Doch eins ist gewiss, wer Zeiger wird stehen bleiben. Der Mensch hat nur diese eine einzige Chance, die Zufriedenheit Allahs zu erreichen. Sobald der Engel des Todes erscheint, bleibt der Zeiger stehen. Kein weiterer Atemzug und kein weiterer Augenblick. Das Herz hört auf zu pochen und die Seele wird vom Körper getrennt. Bevor der Mensch Jannah oder Jehennam betritt, muss er noch einige Etappen hinter sich bringen. Die Befragung im Grab, die Auferstehung nach dem Tod, die Waagschale und andere Stationen im Jenseits. Jeder Mensch wird sich an diesem Tag rechtfertigen müssen. Die gesamte Menschheit, vom ersten bis zum letzten Menschen, wird an diesem Tag vor einer Brücke stehen. Die Rede ist nicht von irgendeiner Brücke, die man einfach so überqueren wird. So eine Brücke haben wir noch nicht gesehen. Es ist eine Brücke, die einen entweder zu Jannah führt oder von der man in Jehennam stürzen wird. Diese Brücke heißt As-Sirat, die Brücke über der Hölle. As-Sirat ist eine Brücke, die über der Hölle erbaut wurde. Sie ist schmaler als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Eine Brücke, die nur Allah subhanahu wa ta'ala allein errichten kann. Die Menschen werden gemäß ihrer Taten darüber gehen. Wer sich zu Lebzeiten beeilte, gute Taten zu verrichten, wird schnell über sie kommen. So schnell wie ein Lichtstrahl. Genauso wie er sich beeilte, in diesseits gute Handlungen zu vollziehen. Wer schwerfällig dabei war, gute Handlungen zu tätigen, wird die Brücke dementsprechend überqueren. Wer gute und schlechte Taten miteinander vermischte, wird womöglich in die Hölle fallen. Und einer, der nichts zu bieten hat, wird von ihr abstürzen. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte, eine Brücke wird gewacht und über die Hölle gelegt werden. Wir sagten, ja Rasulallah, was ist die Brücke? Der Prophet s.a.w. sagte, sie ist wackelig und schlüpfrig, über der sich Klauen, Zangen und breite Stacheln mit gebogenen Dornen befinden. Wie der Samen, der in Najd gefunden wurde und als Al-Sa'dan bekannt ist. Der Gläubige wird sie überqueren wie ein Wimpernschlag oder wie ein Blitz oder wie Wind oder wie mächtige Pferde oder wie Kamele. So wird einer unversehrt bleiben, ein anderer wird zerrissen und ein anderer wird ins Feuer der Hölle stützen, bis der Letzte darüber geschleift wird. Diese Beschreibung mag furchterregend sein, doch ist es eine Realität des Jenseits, die definitiv eintreffen wird. Nach der Befragung, nachdem die Menschen vor Allah s.w.t. Zeugnis abgelegt haben, werden die Menschen unterteilt. Die Ungläubigen werden zur Hölle geführt. Ihnen wird das vergolden, was sie eben diesseits verleugnet haben. Die Existenz Allahs. Die Muslime werden zu dieser Brücke gebracht. Sie werden dort stehen und gemäß ihrer Taten werden sie die Brücke überqueren. An vorderster Front steht der Prophet Muhammad s.a.w. Unser Vorbild in allen Lebenslagen und zu jeder Zeit. Abu Khadrida berichtet, dass der Prophet sagte, Ich werde der Erste sein, der die Brücke über die Hölle überquert. Die Bittgebete der Gesandten an diesem Tag lauten, O Allah, schütze uns! O Allah, schütze uns! Es wird Haken an den Seiten geben, wie die Dornen von Al-Sa'dan, Außer, dass ihre Ungeheuerlichkeit nur Allah bekannt ist. Die Menschen werden von ihnen entsprechend ihrer Taten ergriffen. Unter ihnen sind diejenigen, die durch ihre Taten ruiniert werden. Unter ihnen sind diejenigen, die in Stücke geschnitten und später gerettet werden. Bis Allah das Urteilen zwischen seinen Dienern abgeschlossen hat. Und er, subhanahu wa ta'ala, wird aus dem Höllenfeuer herausnehmen, wen er herausnehmen will. Wer auch immer bezeugt hat, dass es keinen Gott außer Allah gibt, wird den Engeln befohlen, sie herauszuholen. Und sie werden an ihren Spuren der Niederwerfung erkannt werden. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat dem Höllenfeuer verboten, die Kinder Adams mit Spuren der Niederwerfung zu verzehren. Sie werden herausgenommen, nachdem sie verbrannt wurden und dann in ein Wasser getaucht haben, welches das Wasser des Lebens genannt wird. Sie werden wie Samen auf einem strömenden Fluss aufgehen. Oft kommt es vor, dass wir etwas tun wollen, aber es aus Gemütlichkeit auf morgen verschieben. Ist es nicht so, dass wenn uns der Arbeitgeber eine Aufgabe zuteilt, wir sofort dieser Aufforderung nachgehen? Es könnte ja sein, dass wir, wenn wir ihr nicht nachgehen, eine Abmahnung bekommen oder gekündigt werden. Mit dieser Information im Hinterkopf und der Angst davor, Konsequenzen zu erfahren, eilen wir zur Erfüllung dieser Aufgabe. Wenn es aber darum geht, Allahs Wohlgefallen zu erreichen, zögern wir. Entweder verschieben wir es oder suchen Ausreden, es nicht machen zu müssen. Wir vergegenwärtigen uns aber nicht, dass das sofortige Umsetzen einer islamischen Handlung uns wie ein Blitz über diese Brücke bringen könnte. Stellt euch vor, wir stünden vor dieser Brücke. Unter uns die Hölle und auf der anderen Seite das Paradies. So dünn wie ein Haar, schärfer als ein Schwert und mit Dornen bestückt, die einem die Haut schneiden. Und wir müssen jetzt über diese Brücke kriechen. Warum? Weil wir bei unseren Handlungen gezögert haben. Wir haben uns Zeit gelassen. Ach, ich mache das einfach morgen. Haben wir so viel Zeit, Dinge, die uns eventuell ins Paradies bringen können, auf morgen zu verschieben? Besitzen wir diesen Luxus? Und obwohl uns diese Realität bekannt ist, lassen wir uns ablehnen. Wir zögern eine gute Tat hinaus. Doch seien wir ehrlich, würden wir eine Handlung hinauszögern, wenn wir dafür Geld bekommen würden? Niemals. Wir würden sofort handeln, weil wir den Wert der Belohnung schätzen. Allah hat dir die Chance gegeben, viel Gutes zu tun. Dieser Umstand wird sich eventuell nicht wiederholen. Wir bekommen nur diese eine Chance, wie für uns gemacht, um eine Handlung zu setzen, die das Paradies bedeuten kann. Deshalb frage ich, warum um Allahs Willen zögern wir? Wir werden As-Sirat überqueren müssen. Wie schnell und ob wir sie überqueren, hängt von uns selbst ab. Also vergeuden wir keine Zeit, denn der Zeiger des Lebens wird zum Stehen kommen. Möge Allah uns diese Brücke wie ein Blitz überqueren lassen. Allahumma amin.